Wir können ja gleich wechseln, also von links nach rechts, der E-V-Lanz und Schwarz-Pink. Bei Pink in the Ring 2024, auch das Liga Spitzenwert. Und hier spritzt Blecky Schwarzlichter dazwischen, da kommt es in einer richtig guten Gelegenheit. Da sind sie giftig, die Tower Stars und kommen zur Führungstreffer. Maxi Hadraschek schiebt ein, Fehler im Spielaufbau. Hadraschek sagt Danke und macht sein erstes Saisontor. Langmann, dann machtlos. Den ersten hat er noch von Hadraschek. Die sind immer ganz schwierig mit der Rückhand. Die kannst du als Torhüter nicht lesen. Den ersten pariert er. Nachfragezeichen. Santos, Dietz, Langmann. Wiederholung. Zu viel Schwung dann in der Kurve. Riemis, Charipofa, hat er kurz gezuckt. Sintas mit dem Abschluss, aber waren noch ein, zwei Lanz oder Beine, Schläger, Ausrüstungsteile dazwischen. Eichinger, Santos. Wieder ein guter Block, aber dann gefährlich. Langmann sitzt drauf. Der gefährliche Rebound. Und dann gut gearbeitet vom Lanz oder Kapitän hier gegen Fabi Dietz. Langmann ist sogar Fangquote aktuell vor dieser Partie von 93,58. Das ist schon richtig gute Statistik. Und dann ist der Ausgleichstreffer gefallen. Janik Wenzel. Wieder ist es Sintak, der da nicht locker lässt. Und jetzt habe ich ihn gerade noch gelobt, den Ilja Charipof hier. Boah, beinahe der Traumpass für Schwarz und Trotz dem Schöpferd. Wenzel. Boah, beinahe. Direkt abgezogen. Nimmt diesen Rebound von der Bande als Vorlage. Und schießt ihn dem Charipof hier durch die Hosenträger. Robi Zarnik. Zesemski sieht, dass viel Verkehr ist bei Langmann. Charipof. Zogadarimus. Klonik. Neclata, Ausgleich. er lauert im slot die glatte sieht das spielt in einem zweiter saison treffer für wühlbauer wieder der remis der volk von perl und wie mit einer richtig tollen kombination hier das geht sogar der kamera zu schnell aber wir haben noch mehr hier da drüben lauert er schon nick war schon und immer sieht nicht ab er hätte